Es tut mir leid, aber ich habe heute leider kein Foto für dich. Alles gut. Dankeschön nochmal. Vielen, vielen Dank für euch. Ich danke dir für alles. Du bist ein ganz tolles Mädchen. Vielen Dank an dich. Wir sehen uns. Irgendwann. I'm out. Ich bin sechste. Ich bin richtig stolz auf meine Leistungen und dass ich es bis hierhin geschafft habe. Und ich bin dankbar über diese Reise und diese Erfahrung, die ich mitnehmen durfte. Ich habe eine große Pauze. Her Legs sind fantastisch. Sie kann walken. Ja. Oh Gott, ich hoffe, sie erschreckt sich jetzt nicht so. Sie erschreckt mich auch jedes Mal. Oh, der walk ist gut. Ja, der walk ist gut. The girl with the most amazing legs on the planet. She has beautiful legs. I mean, those legs are crazy. Jetzt sehen wir endlich mal die tollen Beine. Ich finde den walk elegant, aber modern zugleich. Die macht sich. Caliente. Wow, die hat sich echt gemacht. Die war ganz schön heiß, muss ich sagen. Sexy, ne? Wow. Ja, Jasmin! Sieht echt schön aus. Sie sieht auch so edel aus. Oh, Jasmin. Ja, this is great. Sie will wohin mit dem Outfit? Ich liebe auch Klettern, Achterbahnen, Freizeitparks. Ja. Also du hast gerne Wind um die Nase, oder? Ja. Cool. Auch sehr selbstbewusst darüber, ja. Bin ich auch. Sehr elegant ist sie so, finde ich, vom ganzen Tausing und vom Blick. Bin ich auch, ja. Ja, jetzt bin ich hier, um euch ein Geheimnis zu offenbaren. In Wirklichkeit war dieser Tag ein Secret Casting. Jasmin. Oh mein Gott. 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 Yes, schöne Füße. Oh mein Gott. I'm out. Bitches. Genau so. Tschüss.